Hier ist ein Beil. Super abgebrochen. Gibt mir das was, wenn ich da hoch? Nicht da hoch? Mit Anlauf oder so? Ne. Ich kann die Kiste aber auch nicht weiter ziehen. Hier an den Griffen kann ich mich auch nicht festhalten, oder? Hier auf die Wollsäcke komme ich auch nicht drauf. Jetzt haben wir dieses Wollding hier. Gibt auch nichts, wenn ich das werfe, oder? Wir können hier, glaube ich, noch nach rechts gehen. Jawohl, mit der dicken Axt. Hallo, Kleiner. Ich bin lieb. Bist du auch lieb? Jetzt rennt er weg. Der Eierkopf. Kann ich hier mit der... Da ist er hochgerannt. Wo sind wir denn jetzt hin? Tizer? Alter! Die leben gar nicht mehr. Alter, ist das eklig. Kann ich dem... Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Ich dachte, der ist hier durch. Hier kann ich nicht hüpfen. Wieso kann ich denn hier nicht hüpfen? Hä? Ist vielleicht das Falsche. Hä? Wieso kann ich denn hier jetzt nicht hüpfen? Wir sind doch bestimmt hinterher, oder nicht? Hä? Was macht denn da so Geräusche? Das ist ein Horrorspiel. Da gehen wir direkt auf die Geräusche zu. Hä? 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 Da kann ich mich hier an diesen... Stuhl kann ich ziehen, aber das bringt mir ja auch nichts. Die Mutti ist zu schwer. Nein, nicht runter. Ach, jetzt kann ich auf einmal wieder hüpfen. Was ist denn das für eine Logik? Okay, das war komplett bescheuert gerade. Ja, warte, ich helfe dir. Wollen wir zu zweit... Zu zweit ziehen? Die sieht vom Kinn her aus wie die aus dem ersten Teil. Wo sind wir denn hier? Nur ohne Regenmäntelchen halt. Okay, die hilft. Der, die das hilft uns jetzt. Komm, lass mal schieben. Hilf mal. Sehr cool. Da hängt ein Schlüssel. Hier fehlt so eine Kurbel wahrscheinlich. Kann ich hier an dem Schrank irgendwas aufziehen? Ja, hier kommen wir wieder zurück. Ja, hier gehen wir wieder zurück. Hier geht man nix machen. Ah, guck mal, wie cool. Ja, komm, mach nochmal, mach nochmal. Cool. Und jetzt? Ich muss hier alleine weiter, oder was? Alter, wer bist du denn? Ich krieg die Kurbel nicht aus der Hand. So. So. Das sind Puppen, oder was? So. Ich hab die Kurbel. Ich komm hier nicht zurück. So, jetzt. Guck, ich hab die Kurbel. Was? Muss euch helfen, oder was? Ja, was soll ich hier machen? Ah. Tadääh, Schlüssel. Ab in die Tasche. Super. Dann nix wie zurück. Hallo. Geh mal da hoch. Hallo. So. Da unten war eine Tür mit, äh, äh, Schlosskopf. Ja. Komm, auf. Geh weiter. Äh, fette Fußabdrücke. Können wir die zusammenschieben? Geht das? Kannst du mir helfen? Perfekt. Dank das. Äh. Okay, der kleine Schleich, dann schleiß ich mal mit. Ah ja. Deswegen schleicht er. Okay. Oh, der hat uns gesehen. Lauf, kleiner Freund, lauf. Hat er mich getroffen jetzt, oder was? Wir müssen uns immer dahinter verstecken. springen. Oh, nee. Ich hätte nicht springen dürfen. Einfach fallen lassen. Depp. Einfach nur fallen lassen. Alter, was ein Typ. Oh, der kommt jetzt hier rum. Oh, der kommt jetzt hier rum. geht der auch wieder weg? Geht der auch wieder weg? Soll wir mal gucken gehen? Das ist gut. Geh weg. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Alter. Was ist das für ein Penner? Das war's für heute. Nee, oder? Ich war doch schon in Sicherheit, Mann. Dreckspenner. Ich muss da an das Loch reinspringen. Ich muss da an das Loch reinspringen. So ein bisschen Trial and Error. Ich habe ein bisschen Schiss, dass der Typ jetzt wieder kommt. Komm, schnell. Wir müssen ganz schnell laufen. Da komme ich ja nie im Leben rüber, oder? Ja, super. Wir versuchen es mal. Ja, super. Bis zum nächsten Mal.